Weil in 5 Tagen kommt die Welle, die erste. Und dann kann ich idealerweise, nämlich das hier, komplett sichern, das Gebiet hier. So. Ich hab das Gefühl, denn es ist eine Zombie-Stadt. Ich mach mal zur Sicherheit, ich mach mal ganz kurz folgendes. Ich trau mir selbst nicht. So, und im Spiel gleich dreimal, ne? So. Okay, kommt eben alle runter, dann können die Sniper dann nämlich arbeiten. So. Also, jetzt mal ganz kurz. Wenn eine Welle kommt, die Welle kommt von hier, oder die Welle kommt von der Straße hier. Und die werden hier unten nicht langmarschieren, die werden hier langmarschieren, weil die direkt zum Ding ins Laufen. Äh, weil die direkt zum Command Center laufen. Das heißt... Prinzipiell ist das hier alles gar kein Problem. So. Attention. Beidee. Beidee. Great. So. Absolut. Das ist eine saublöde Idee, was ich gemacht habe. Are you sure? Äh, ich bin ein doofy. Das war eine saublöde Idee, möchte ich ganz kurz betonen. Oh oh. Das war ja toll. Hör die Kolonien! Sie attacken die Kolonien-Defenzen! Das habe ich saugut gemacht. Ich habe zu viele runtergeluhrt. Ahem. Was? Wo? Ach, da oben. Okay, ich gebe zu, es lief nicht alles nach Plan. Das muss ich ganz kurz... Das muss ich ganz kurz erfährlich, deshalb aber dazu sagen, dass... So. Das war nicht so ganz der Plan. So, schauen wir eben dann hier. Was machen wir da? Passt mal auf, hier gibt es zwei Steine. Zwei Steine, vier Steine. Wir kriegen sechs... Steine, sage ich schon. So. Zwei Steine. So, da gibt es sieben Steine. Wenn ich das hier bau, gibt es vier. Hier gibt es sechs Steine. Das heißt, wir kriegen einen Stein... Äh, Stein, sage ich schon. Eisen. Ein Eisenpunkt mehr. Okay. Gut. Wir brauchen hier schon mal eine Balliste hin. Wir brauchen hier schon mal eine Balliste hin. So. Ja, ich gebe dir... Na ja. Äh... Sniper ist bereit. So. So. Okay. Natürlich, wenn die von hier kommen, werden sie hier runterlaufen, fällt mir gerade ein. Ich habe dann eben... Ich hatte eben einen relativ kleinen Denkfehler. Der mir zum Glück aber noch bewusst geworden ist. So. Hallo und herzlich willkommen auch an die Zuschauer von YouTube zu einer weiteren Folge. Cooper, schaut zu im Stream. Hallo Cooper. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Äh... So, ich traue dieser Karte kein Stück. Was? Ich finde ein Stück weit, auch wenn das vielleicht mega arrogant klingt, ich finde die Karte zu einfach. Ja, erzähl mir. Aber schnell. Komme ich da durch überhaupt? Ja. So, Stellung halten hier zwei. So. Zack. Dann, was muss ich noch erforschen? Steinmetz muss ich erforschen, unbedingt. Ich brauche, der Sniper ist bereit. So, viele Tests. Du musst es lieben. Ja. So, wir schicken mal die Sniper vor, dann können die da schon mal ein bisschen aufräumen. Da oben schicken wir zwei Sniper rein. Ich weiß nämlich nicht, von wo die kommen. Was ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen ist. So, dann verkaufen wir das hier eben mal. Zack. Äh, verkaufen. Wir bauen den Steinmetz. Äh, dann brauchen wir eine Lagerhalle. Lagerhalle. Lagerhalle können wir da unten eine hinbauen. Klack. Und dann brauchen wir jede Menge Hütten. So. Zack. Mal ganz ehrlich, wie doof kann eigentlich ein einzelner Mensch sein? Kann man das dann erklären? So, okay. So. Hallo, Jeremy. Es gobt. Moin, moin. Ventilierender Velo. Was? Ventilierender Velo. Moin. Ach so. So, okay. Ich brauche auf jeden Fall... mehr Hütten. Was fehlt denn jetzt? Ach, Nahrung fehlt. Oh, wir brauchen wieder Nahrung. Ich bin begeistert. Gut. Äh, Nahrung. Nuller Problem. Wir haben das noch nicht mehr fertig ausgebaut hier. Was fehlt denn jetzt? Ach, Energie. Ja, macht Sinn. So. Tag 16. Ich hätte gerne auf jeden Fall... Damit das alles sauber funktioniert, hätte ich... anfassbar gerne Titans, dass ich... Titans und Thanatos Einheiten, dass ich das hier oben ausmisten kann, weil das ist gar nicht mal so ohne. Der Cooper fupt, wenn der Fupper kupt und der Koopi dupt. Kein Plan. Attention. Building completed. Was? Ich brauche Arbeiter. Zug, komm mal her. Ich brauche Arbeiter. Ach so, ich brauche Energie. Und ich gerade dachte, geil, kann ich hier, äh, ähm, Gebäude ausbauen, aber nö, kann ich nicht, weil da fehlt mir Energie. Okay. Okay. Aua. Weg. Haha. Okay, das heißt, die landen hier. Aber das ist kein Thema, weil hier bin ich vorbereitet. So, was fehlt hier? Ach, nix. So. Halt. Zu viele Mauen im selben Gebiet. Na, danke. So, sehr cool. 30 Arbeiter ist großgebracht. Na, das ist ja erstaunlich. So. Ja, das war dämlich. Das war dämlich, gebe ich zu. So. So, von wo kommen die? Norden, muss ja irgendwo da oben sein. Die Frage ist, ob die nach links oder rechts kommen. Das ist übrigens, äh, war clever. Ich weiß nicht, ob die, ob Norden hier ist oder Norden links ist. Und die kommt von links, ist klar. Okay. So. Kommen mal kurz alle Mitkenners. Ich musste eben mal Platz schaffen. Ja. So. Warum lue ich jetzt mich runter, dann kann ich hier nämlich die Sachen bauen. äh, ah, stopp, du kommst weg so, klack, klack oder? die kommen schon von hier so ich habe hier keinen Eingang übersehen, oder? das wäre jetzt übrigens geil, wenn ich hier einen Eingang übersehen hätte aber nee, das ist nix so, dann schicken wir euch mal da hoch ja, die kommen von hier okay, das müsste relativ safe zu handhaben sein also ich glaube nicht, dass die erste Welle so mega krass ist das müssten drei Ballisten und zwei komplette Mauerblöcke locker äh, abfangen können so, und Sniper, bitte rein so, dankeschön so, dann gucken wir eben hier kann ich den Stein mitzbauen? ja, ich kann ihn bauen sehr cool, dann bauen wir den gleich mal hier hin ja, okay, easy das schaffen wir, easy ja, keine Herausforderung das Ganze so, Tag 35 und das nächste das ist mal unten so, ich schicke den mal drunter einfach zum erkunden ähm ich brauche Arbeiter wieso brauche ich schon wieder Arbeiter? ich habe zig Hütten gebaut und trotzdem reichen die Arbeiter gerade nicht das ist krass was brauche ich denn dafür? Nahrung achso, bei Nahrung baue ich gerade zum Glück ähm ich muss bloß gucken, wie ich das da oben mache weil ich brauche da oben die Sägewerke auch ich brauche definitiv mehr von allem so, wir brauchen 2000 Kolonisten und wir haben Tag 19 es sieht eigentlich relativ gut aus was fehlt denn? achso, es hat Nahrung gefehlt stimmt gut, das war schon wieder Energie geil, davon haben wir wieder Arbeiter es ist ein Teufelskreis ähm ich habe das semi gut durchdacht so sie attacken die Kolonien-Defenzen ja sie versuchen wieder zu brechen okay, check und ich brauche mehr Sniper so okay die müssten das eigentlich ganz gut hinkriegen ach, von unten kann bestimmt auch eine Welle kommen also wenn ich eine Welle wäre, würde ich von unten kommen so dann brauchen wir Energie können wir da hinbauen und sonst kann es keine Idee mehr bauen weil es fehlt wieder Gold okay so ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Gold äh, ein bisschen Energie ah, das ist geil ich kann das da oben hinbauen sehr schön so und dann brauchen wir endlich ich brauche die Bank ich brauche mehr Gold wir kriegen zwar alle 24 Stunden ein ganzer Haufen Gold jetzt aber trotzdem hätte ich gerne äh dass die Economy besser ist wir kriegen zwar Ressourcen ohne Ende aber es fehlt trotzdem an an Gold Gold fehlt einfach so okay hier ist auch Kartenende was für ein Glück so so okay und Bank Commander wer will ich das bloß einen ausgewählt nee, alle okay so, ich muss mal ganz kurz hier ach so ich dachte gerade, er hat die Mauer nicht gebaut aber zack okay okay dann machen wir das nämlich so ich baue übrigens extra hier Holzmauern in der Hoffnung dass ich die später alle upgraden kann aber ich will erst mal die andere Mauer upgraden wichtig ist mir bloß dass hier keine random Zombiewellen durchkommen weil ich erst mal die hier upgraden will da oben das ist mir erst mal wichtiger so erstmal Prioritäten setzen ähm okay so, dann müssen wir hier Mauer noch bauen und dann hier noch so ich glaube, da kommt ihr nicht durch, oder? okay das sollte eigentlich passen dann kommen da zwei Ballisten noch hin und gut ist und dann machen wir da hinten noch eine Verteidigung und dann ist es auch gut so, wir brauchen übrigens Holz äh müssen wir kurz hier gibt's vier Holz ich muss nämlich das so machen, ne? 14 Holz achso, das fehlt ganz okay so kann man es machen passt sehr schön also, dann bauen wir jetzt hier die ich will hier äh mindestens drei Ballisten haben weil ich nicht weiß, von wo die Wellen immer kommen weil die werden entweder von Süden oder von Ost ähm doch, Osten ist das hier werden die vermutlich kommen das heißt wir sind hier gewappnet ah, okay schau an, da kommen die kleinen Habchen diese kleinen, fiesen Habchen so wir brauchen jede Menge Hütten was kostet die Bank zwölf Arbeiter tausend Gold hallo einmal weitermachen bitte okay solange das bloß so viele sind geht das eigentlich ganz gut wir drainen jetzt nämlich so langsam so die kleinen Gebäude langsam ein bisschen okay 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 eine Stück, glaube ich ah, geht rein lauf doch rein lauf doch rein schau an die Wolken sind unter attack aaaah boah, alter sowas liebe ich hier immer wenn die Sniper dann da stehen und dann sich die, die Soldaten sich gegenseitig blockieren das finde ich hier immer das finde ich immer richtig toll Schaut euch das mal an oh man na, guck mal an zack schau an schau an schau an ich dachte die kommen da schneller hin offensichtlich nicht so und dicht da hoch dicht da hoch so dann sind wir relativ safe das kommt unten rein sehr schön so upgrading Arbeiter vier ich frage mich immer wo meine ganzen Arbeiter hingehen was fehlt denn ach, Nahrung so Nahrung ist kein Thema weil Nahrung machen wir jetzt wie folgt ähm so das können wir hier oben dann hinbauen die Nahrung und schaffen es dann immer noch dass wir hier nämlich kleine Hütten hinbauen können das heißt wir holen das Maximum jetzt oder fast das Maximum zumindest raus was hier geht so halt nein sorry sir ich schiebe mich mal ganz kurz da hin so das machen wir so klack achso ja es wird gut Arbeit habe ich acht ach ja weil die Gebäude fertig geworden sind nachdem der zugekommen ist das heißt ich habe die Gebäude hier nicht gekriegt schön was sagt die Energie 51 so dann schauen wir eben hier haben wir mal 58 also wir kriegen schon ein bisschen was wir brauchen noch 1500 Kolonisten das sollten wir aber ohne Probleme hinkriegen und wir haben ja auch noch massig Zeit also es ist ja nicht so dass uns die Zeit davon läuft weil noch haben wir Zeit ohne Ende kann ich die Bank bauen Bankarbeiter 12 nein noch nicht folgendes upgraden so dann brauche ich da oben auf jeden Fall einen Marktplatz und ich brauche eine Bank ich brauche hier unten eine Bank dann machen die mir Gold und ich brauche hier oben mehrere Marktplätze dann sollten wir das auch entsprechend hinkriegen das ist ein bisschen dämlich gebaut wenn ich ehrlich bin aber ich könnte es clever bauen das ist kein Problem also ich könnte es noch äh fast retten das Ganze ich muss bloß gucken einen von diesen Blocken muss ich da noch wegschmeißen so das muss man gleich mal gucken so wie viel Arbeit da kriegen wir okay schauen wir eben wie baue ich den Marktplatz so von zwölf Zellen haben das heißt ich kann den Marktplatz zum Beispiel könnte ich den einmal hier hin bauen und einmal dann oben hin so okay da fangt es jetzt an ein bisschen krasser zu werden hier das heißt ich baue hier mal was hin und da noch was hin so dann könnt ihr die Sniper nämlich rein bilden wir noch ein paar Sniper aus so Arbeit da haben wir 20 da kriegen wir jetzt gleich jede Menge oben drauf und dann können wir auch gleich entsprechend weitermachen so der Marktplatz nämlich reduziert die Nahrung den Nahrungsverbrauch hier nämlich jetzt um einiges dann bauen wir hinten noch einen Marktplatz hin und dann brauchen wir jetzt endlich eine Bank dafür brauche ich aber Energie so ich erforsche mal das Kraftwerk wir kriegen genügend Holz wir haben hier noch Holz zum abbauen wir haben da noch Holz zum abbauen ich erforsche das Kraftwerk jetzt weil wir brauchen endlos viel Energie jetzt erstmal so okay also die Sniper ist lustigerweise zieht es jetzt ein bisschen an das Ganze weil jetzt permanent ähm ein riesiger Strom an Gegnern kommt so erstmal so klatsch und dann hier hier noch was hier so okay dann kriegen wir hier unten nämlich noch eine Verteidigung das heißt die laufen hier schon mal nicht mehr durch das heißt wir sind so weit bis auf das Gebiet hier eigentlich eingezäunt aber das können wir noch ich würde gar nicht hier hochziehen ich würde hier gerne eine Verteidigungslinie dann machen das heißt da würde ich gleich mit allen Truppen die ich habe erstmal hochmarschieren einfach damit das da äh sauber ist so warum wir ihn nicht dafür haben wir es kraftvoll erforscht so ach ja hier ist keine Mauer weil hier eine Mauer ist richtig ne zu viele Maulen im Gebiet ähm danke das wollte ich nicht ja was rumme so das ist da die besseren Sniper sind lass ich die mal zack so Sniper ausbilden dann Hütten upgraden geht nicht weil Energie fällt ja Energie fällt Energie fällt so nein so mal so klack sorry sorry sir I was cleaning my weapon they are attacking the colony defences okay dann schicken wir den mal da runter weil ich lustigerweise keine Energie habe das heißt ich kann damit gerade nicht umgehen so ja das habe ich clever so erinnert mich mal daran dass ich das wieder aktiviere gleich oh habien sind schon echt krass die machen echt viel damage so okay laufen aber ganz gut durch das passt so okay weil ist das gleich fertig geht über hoch bitte was macht das kraftwerk ist auch gleich fertig okay das kriegen die schon hin jetzt so Energie haben wir jetzt genug das heißt wir haben auch einen Haufen ja komm bau die Ballisten fertig dann ist das arztlich das Thema erledigt so dann hier einmal upgraden ich komme mal wieder vom hundertsten tausendste ich wollte eigentlich ganz andere Sachen machen die versuchen zu durch zack okay ich würde sagen jetzt haben wir sie da oben jetzt ist da oben Ruhe zack hallo nicht abspielen spiel das wird total nett danke okay da sind wir safe da passiert nix das heißt wir können jetzt anfangen hier hoch zu expandieren dann bauen wir da oben eine finale Verteidigung so die schicken wir da hin dann hätte ich gerne die Gießerei so 37 Arbeiter das passt der Die in die in das